Schwertstich zu tun haben? Nein, nicht mit dem Schwert. Ich glaube, es hat was mit Erntes zu tun. Ernte... Oh, weil Dolch... Alina ist schon zu nah dran. Ja, dann, bitteschön. Messer, also einfach das normale Messer. Wir sind im Mittelalter. Der Speer und dann, padam! Und wenn man jemandem Stich lässt, lässt man ihn liegen und reitet weiter. Wow! Ich würde nicht Speer, ich würde Lanze, würde er nicht mehr aufstehen mit seiner dicken Rüstung. Und wenn ihm dann keiner geholfen hat, dann wurde er im Stich des Gegners... Also der Gegner konnte dann zustechen und darum...